Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutler und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs und heute wieder so ein kleines Chief-Man-Guide präsentieren. Heute geht es um den Erfolg Rückstände des Bösen und für diesen müssen wir Henker Tarwold in den blutigen Tiefen auf dem Fähigkeitsgrad mythisch bezwingen, nachdem wir acht treulose Gefangene mit dem Effekt Rückstände getötet haben. Wie funktioniert das? Wir clearen erstmal hier vor dem zweiten Boss möglichst einen Trash in dem Modell außenrum. Dann laufen wir am Rand in diesen Gittern vorbei und gucken, wo da neutrale Mobs drin sind. Diese neutralen Mobs, die da drin hocken, sind nämlich die, die wir brauchen. Das sind diese Gefangenen. Und jetzt ist es so, dass ihr am besten vorher dann diese Käfige markt, wo diese Gefangenen drin sind und die auch ein bisschen durchzählt. In manchen von diesen Gefängnissen hockt nur einer drin, manchmal sind da zwei oder auch drei drin. Also im Schnitt braucht ihr so vier Käfige, würde ich jetzt mal sagen. Mal ein paar mehr, mal ein paar weniger. Dementsprechend müsst ihr halt vorher den Trash ein bisschen wegkillen. So, wie funktioniert das jetzt, dass wir die töten können? Da können wir im Endeffekt nicht rein, die Käfige sind nämlich immer zu, aber wir können den Boss da hinziehen und der Boss beschwört alle paar Sekunden ein Add. Und wenn man dieses Add tötet, gibt es eine große Voidzone auf dem Boden. So, habt ihr jetzt diese Voidzone am Boden, ist die so groß, dass die Lache quasi in den Käfig reinreicht und damit langsam den Mob tot tickt und die sterben dann da drin einfach. Ihr müsst halt ein bisschen gucken, ihr müsst immer mal wieder ein bisschen ausweichen bei der Kugel. Dementsprechend könnt ihr das Add, müsst ihr das manchmal ein bisschen wegziehen, das muss aber ganz am Käfig sterben. Und wenn dann quasi die Lache in den Käfig mit reingeht, so wie es bei uns jetzt hier ein paar Mal der Fall war, dann ticken die langsam runter, sterben und wenn ihr acht Stück zusammen habt, könnt ihr den Boss töten. Mehr ist es eigentlich nicht. Ihr seht, hier haben wir jetzt wieder an dem Mark die Lache abgelegt und dann tickt es langsam runter. Es dauert ein bisschen, also ihr müsst dann auch warten, bis die Mobs wirklich tot sind, sonst zählt nicht. Was ihr hier gerade bei uns seht, hier haben wir noch ein paar zusätzliche Adds gehabt. Ihr solltet wirklich auch die Zusatz-Ads aus den Käfigen machen, sonst adden die halt dazu und das ist nervig beim Bosskampf. Mehr ist es tatsächlich nicht. Schaut ein bisschen drauf, ob ihr wirklich die acht Stück zusammen habt, sonst müsst ihr halt noch ein bisschen weiter rumziehen. Aber wie gesagt, es macht tatsächlich Sinn, hier den ganzen Trash vorher wegzukillen. Gut, das war es mit dem kleinen Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv werdet. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.